Na, es ist das Spiel wie jedes Jahr. Natürlich werden die Leute jetzt zum neuen Jahr gar nichts verändern. Thorben hat letztens einen ganz guten Spruch gepostet. Der ging so sinngemäß, warum dir neue Ziele setzen? Du hast doch die alten noch gar nicht erledigt. Oder Vorsätze, neue Vorsätze. Du hast doch die alten noch gar nicht erfüllt. Und das stimmt natürlich. Die Leute haben sich ja mit dem Thema Zielsetzung nie wirklich beschäftigt. Oder Zielerreichung vielmehr. Ziele setzen kann sich irgendwie jeder. Aber die Ziele erreichen, die Ziele irgendwie planbar machen, beziehungsweise so eine Art Umsetzungskontrolle in den Alltag einzubauen, das machen natürlich die meisten nicht. Gut, es gibt immer einen Preis zu bezahlen, wenn du dir ein neues Ziel setzt oder Ziele setzt. Musst du immer einen Preis dafür bezahlen, weil wenn du eine Sache erreichen willst, dann musst du dich darauf konzentrieren und fokussieren und Zeit investieren. Und die musst du in der Regel irgendwo anders abknapsen. Weißt du? Die Leute, die, wenn, also ich bin ja jemand, der wirbt sehr auch fürs Lesen, fürs Bücherlesen, also Sachbücher, Biografien und so weiter, weil man davon meiner Meinung nach sehr viel lernen kann. Trotzdem macht es ja kaum einer. Und der Grund, warum die Leute immer sagen, ja, ich schaffe es einfach nicht. Ich habe keine Zeit zu lesen. Dann denke ich immer so, das glaube ich dir nicht. Weil jeder hat ja dieselben 24 Stunden. Und es gibt sehr erfolgreiche, sehr beschäftigte Menschen, die schaffen es, ein Buch zu lesen in der Woche. Und es gibt Leute, die sind nicht so erfolgreich und haben nicht so viel erreicht und sagen, sie schaffen kein Buch im Jahr. Also das heißt, diese Diskrepanz sagt uns ja immer, selbst wenn die Wahrheit in der Mitte liegen würde, ja, also ist es scheinbar möglich, indem man die Prioritäten einfach anders setzt. Bedeutet, man muss ja die Zeit hier und da abknapsen, um sie dann in das Ziel zu legen. So, und wenn es nur Lesen ist. Ja, wenn dein Ziel oder dein Vorsatz nur ist, ich will jetzt endlich mal lesen. Du musst ja kein Buch in der Woche lesen. Du kannst ja wenigstens ein Buch im Monat lesen. Und wenn es nur ein dünnes ist, kein Buch im Monat lesen, würde ich ja schon das komplette Leben wahrscheinlich verändern. Und jedenfalls, das ist aber eben das, was die Leute nicht machen. Die Leute setzen sich zwar ein Ziel, sagen, ich möchte nächstes Jahr oder dieses Jahr dann das und das und das erreichen. Aber diese täglichen Aktionsschritte und auch die Kontrollen, die Tätigkeitskontrollen, die werden ja nicht gesetzt. Es wird ja mehr oder weniger so dem Zufall überlassen. Aber Ziele setzen und erreichen ist ja auch wirklich so eine Wissenschaft, wie ich ja in diesem Video ja auch über den Brian Tracy und das Buch Ziele gesagt habe. Also kaum jemand hat irgendwie mal ein Buch über Ziele gelesen. Also ich sage mal so, ich kenne Leute, die wollen das Malen lernen, also machen die doch sozusagen einen Kurs, kaufen sich Bücher und so weiter, wie man richtig malt. Was für Techniken es so gibt und wie man die richtig anwendet, Farbkompositionen, bla bla bla. Das erscheint den Leuten irgendwie logisch, dass wenn sie etwas lernen wollen, dass sie dann oder etwas machen wollen, dass sie es lernen müssen und beim Ziele setzen aber selber machen sie es nicht. Also die glauben, Ziele setzen, ach das macht man einfach so hier, Ziel gesetzt, fertig aus. Das ist es ja nicht. Das ist ja nur der Anfang der Reise und nicht das Ende der Reise. Da fängt die Arbeit ja erst richtig an, auf täglicher Basis 365 Tage im Jahr zu gucken, wo stehe ich gerade, was muss ich überhaupt auf täglicher Basis tun? Und wie kann ich es tun? Das ist eben dieses Beispiel mit dem Lesen, ja? Also das kannst du auf alles adaptieren. Wenn du irgendetwas in deinen Tag einfügen willst, musst du doch gucken, an welche Stelle und wie passt das? Und was habe ich vorher an der Stelle gemacht und was kann ich sozusagen jetzt eliminieren, wenn du jetzt zum Beispiel 15 Minuten am Tag dir freiräumen willst fürs Lesen? Ich bin ja so ein Toilettenverfechter, du machst es auf Toilette, da sitzt du eh rum. Aber selbst wenn es anders sein sollte, da musst du ja irgendwie gucken, wo kann ich mir zum Beispiel dreimal fünf Minuten abknapsen? Fünf Minuten weniger Mittagessen, fünf Minuten weniger mit den blöden Kollegen quatschen, fünf Minuten weniger, keine Ahnung, Parkplatz suchen, weil du jetzt sagst, okay, ich riskiere ab und zu meinen Strafzettel und parke direkt vor der Tür. Blödes Beispiel mache ich aber selber so. Also das sind alles so Sachen, die die Leute denken ungerne darüber nach, wie man die Ziele denn überhaupt erreicht. Die wollen zwar gerne, die würden zwar gerne, so diese Hypothese, aber wirklich daran arbeiten, in der Umsetzung, wie das Ganze funktionieren kann und so, das tun die Leute nicht gerne. Und deswegen erreichen auch die meisten Leute nicht ihre Ziele. Musik Musik Mögen Mögen Musik Mögen